Oh ne Shotgun Da ist wieder hinter, danke Und du hast nur ein Auge Insektenflage Retchings Siebs Probe Wittenmacher Probe Patted Cordon Probe und Helop Getötet Oh Gott das klingt so anstrengend Klingt so mega anstrengend ey Ich kann einfach mal neue Waffe ausprobieren Die ist ja richtig gut Was ist das für eine Waffe Okay Ich hab natürlich nur die Tod gebracht Aber ey Was ist das? Egal Man kann es ja mal ausprobieren Aber cool war die Cool Ich werde trotzdem meine Shotgun wieder rein machen Ähm Das war Das war Hier ne Im Matredor genau Aua für mir 30.000 Was ist das für eine Waffe Eine Waffe Das war Was ist das für eine Waffe Man kann es nur noch sind wir hier, ein SMG, neues Schild, das wird mitnehmen, kann nicht schaden kann man da rein, nein, kann man nicht, so ein grossmittykid komm mit, Auto, follow me, wir müssten dinge klären, mit, hoffentlich keinen spinn, die mag ich nicht mehr nicht, was ist das, was kommt da, Viderand Könige, kurze Frage, warum kriegen die ich einen Schaden, ja, halt so was macht so ein König voll widerlich Witwenmacher was nein, das ist doch quasi gar kein Leben mehr ich will so weit laufen egal, ich mach den weg lasst mich doch jetzt hier nicht ärgern tschüss voll, super Schussgenauigkeit da muss ich halt nur richtig treffen eigentlich die kleinen muss man allgemein nur im meisten Fall einmal treffen ich habe gar kein Auto mehr scheiße egal obwohl ah, dann krieg ich noch eins ich würde ja erstmal die Witwen nee, den Witwenmacher, so hier oh, ne Shotgun so wo ist er dicke Vieh wie ist er da nicht kuscheln ich kuschel kann die ganze Menge zurückkommen cool aber wer schießt da ja tschüss 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 so haben wir haben wir das aha hol ich brauche eine Karre um uns fährtet Cordon und töten Helop so äh da meine Fahrkünste sind der Hammer aber so richtig ich fühle mich so richtig sicher guck mal der hat zur Klärung so wir sind jetzt hier tschüss tschüss was kommt da wo kommt das her was hallo Helop das ist Helop das ist Helop der ist nicht sehr erfreut mich zu sehen ja komm jetzt tschüss jawohl das will ich doch meinen sehr schön sehr schön nächste Aufgabe Janus Town was genau Janus Town geheimes Treffen mit Claptrap sprechen und mit Taylor und Taylor Kopf finden aber nicht mehr optional die machen wir dann später die machen wir dann später guck ihn ja da mit diesen komischen selbstmarkierten Pumpen ich habe sowas die Roland hier hoch Ventil und die Wasserpumpe ausgeschraubt ok wird ja recht schnell gehen Ventil habe ich und die Wasserpumpe ausschalten wo ist die zurück 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 und dann rechts ok machbar ach da vorne schon ah komm wir auf ein Auto rein natürlich sind alle Eingänge immer klein fürs Auto super gemein das ist Rassismus gegenüber Autos und ich glaube ich kann sagen ich bin hier nicht alleine wo seid ihr alle wo seid ihr alle ein großer alter alter fährt weg ich bin kräftiger zu Minion Chemie raugt Gesichtsschmelzer Errungenschaft wahrscheinlich wegen dem wegen dem Säure skill den ich hab Mit dem Trenieren Was ist hier? achso wo munst du jetzt denn nicht hin ey Leute seien nicht mutig Oder dumm würde ich sogar noch eher sagen. Na komm. Wenn ich mit der dich treffen würde. Hey, ist ja gut. Da ist wieder hinter, danke. So, das letzte jetzt, immer noch da oben drinnen, alter, nervt mich nicht, nein ich bin nicht aggressiv. So. Es gibt keine Tränen. Ja, sehr schön. Wo gebe ich noch ab? Ach, direkt bei dem hier unten, das ist der mit dem grünen Daumen. Ich weiß noch nicht warum ich für den grünen Daumen eine Wachzeugpumpe abschalten soll, aber hey. Was juckt mich das? Wo muss die Karren anfangen und ordnen. Können wir abgeben. Dann haben wir wieder fünf oder sechs Aufgaben geschafft heute. Geht eigentlich voll klar. Kann ich nicht meckern. Nicht ganz. Ich meine, ich habe immer einen Grund aber. Das ist schon mein Fahrverhalten. Ich rück mich hier durch. Jawohl. Hallo. Na? Die Blumen werden sehr weit eingehen. Danke für deine Hilfe. Ich war noch nie ein guter Klempner. Achso. Okay. Geschafft. Weitere Aufgaben. Warte, warte, ich gebe dir, glaube ich, erstmal ab hier. Einen New Haven und zwei hier. Direkt da vorne. Und dann müsste der Level 30 auch schon bald da sein. Einen vom Ding hier. Wollte ja nicht rein theoretisch genug Erfahrungspunkte geben. Im Kritzel auf den Flugländern nach zu urteilen, sind die Banditen in etwa so belesen wie ein Dreijähriger. Das macht sie jedoch nicht weniger fanatisch. Da ist was im Busch. Und wir müssen handeln, bevor sie zu viele Jünger um sich geschart haben. Ausgezeichnete Arbeit. Ich werde sofort mit dem Testen der Proben beginnen. Vielleicht führt diese Studie letztendlich zu einträglicher Landwirtschaft auf Pandora. Wie ist die Belohnung dafür, dass du dem, dass du einem alten Giftmischer geholfen hast? So. Alter Ego. Gottlos Monster. Und jetzt schon mal von mir. Slyther getötet. Na gut. Machen wir. Easy. Komm. Ich sollte unser Level 30 sein. So. Oh. Ich hab keine Ahnung wo der ist, aber hey. So schwer kann er nicht sein. Glaub ich. Hoff ich. Möchte ich gerne. Ja. Da oben. Ähhhhh ok. also der straße folgenden rechts ein knall mich nicht ab der familie und ich bin sehr sind sind ein wenig das hier ist auch die genau die 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 pumpe also was töd ich jetzt hier hallo das sieht doch schon gar nicht gut aus war schon mal nicht weiß was noch was bist du denn hatte ich überhaupt gegen hardcore was auch immer das heißt bedeutet auf deutsch level 30 reicht cool haben wir denn mal irgendwas neues hier kommt hat ein artefakt und schild gesehen habe genau hier alle nicht so gut 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 ging ja fix ne dachte ich habe heute hier mehrere probleme aber irgendwie nicht so level macht sich bezahlt ungeziefer das wäre schön wenn du zu hause einen raketenwerfer hättest du alles heilig lässt nur ohne sie vertötet das wäre eine richtig geile erfindung ein umweltbewusster raketenwerfer lasst mich in ruhe keine zeit vor so dann abgeben dieses slither ding ist tot das wird den fanatismus der banditen bremsen danke dass du dich diese angelegenheit angenommen hast okay war es das tatsächlich so das hier ist optional kriegen wir aber noch nicht hin das ist trivial also aber story auch signale können wir gleich mal machen aber das können wir erstmal abgeben bei helena obwohl ja warte mal nach new haven helena freut sich hoff ich mal du hier vor dem ladebildschirm na komm tu es ich hasse es komm schon er lebt jetzt wenigstens so ein bisschen keine ahnung was das ist ich kann das nicht nachvollziehen das ist halt nicht immer das ist manchmal noch ne ach komm danke jo einmal hinten hallo tja offenbar passt du dich gut an und du hast nur ein Auge Dr. Tennis war immer schon gerne zu sich jetzt die Bezahlung von deinen Dienste die Funktionen sind wieder aktiv hoffentlich kann jemand andererseits die Atlas Corporation auf das interplanetarische Kommunikationsnetzwerk zugreifen die erneute Verbindung zu den Nachbarsystemen wird sich sicher positiv auf die hiesige Wirtschaft auswirken vielen lieben Dank cool tschüss eine Quest hier nö ne nö gut optional haben wir es nur noch hier natürlich machen wir jetzt mal alle optionalen Quest fertig ich möchte nichts vorher fertig haben dann hat sie letztens falls man es nebenbei auch noch gucken sollte ich weiße Richard gesehen was passiert bei den Panern sind wir voll auf den Keks die Old Haven da war ich noch nicht komm hier dahin hier na komm gehen wir hin einmal zu Fuß was ist hier drin oh Schränke cool äh woran häng ich da was ich kann nicht mehr an der Bank laufen eine kleine Bank wirklich fuck you thing geht natürlich auch nicht ne ich klage das Rust kommen zu West Hallo Claptrap mag ihn halt echt nicht wir haben so leichte ein leicht gestörtes Verhältnis würde ich sagen so wie komme ich da jetzt hin da oben geht mit dem Auto beziehungsweise ich glaube ich mache mal kurz meine Inventar leer und dann machen wir halt gleich weiter im geschehen Inventar ist leer jetzt können wir uns wieder mal eine kleine Karre mieten ich weiß gar nicht wer das hat überhaupt bezahlt ich meine wie viele von den Dingern habe ich schon kaputt geschossen war kaputt gemacht muss ja schon so ein bisschen teuer gewesen sein wird lass mich hier durchkommen jawohl jawohl eh 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 oh oh soo auf nach Old Haven mal kurz duschen gehen mal kurz duschen gehen ich wollte grad duschen man ich geh ja schon tschüss dann rechts rum oh oh soo schon mal an den Dingern gestorben ach hier Parkzöger heute macht richtig gut ein hier richtig vorbildlich und dann nach Russkommens East ausgerüstete Waffen können auf dem Metabelturm neu zugeordnet werden soo was wollen wir noch noch weiter fahren ach da noch Old Haven sehr gut Auto hier hier gibt es heiße Gebärde schnapp er eins Fahrzeug generieren zum Fahrersitz oh ja das ist cool ich finde die Auto schon cool wir hätten vielleicht die Steuerung noch ein bisschen anders machen sollen aber an sich das ist eigentlich ganz cool ich hoffe dass wir das bei den nächsten Spielen eben ein bisschen anders haben obwohl ich ja von den nächsten Spielen noch gar nichts weiß eigentlich weil ich versuche mich ja wirklich null zu spoilern deswegen auch die Frage die ich mir ganz oft stelle finde ich diese Kammer in dem Spiel überhaupt oder suche ich sie im zweiten Teil immer noch ich bin auch sehr gespannt soo New Haven ach ne Old Haven sorry mit seinem Action Skill kann Roland ein Scopeia Geschützturm einsetzen ok hallo also ich fühle mich richtig willkommen ich komme hier an und sehe ein paar schlafende Leute die Rauch soll man tatsächlich Notrufsignale Crimson Lands haben die Banditen in Old Haven in die Flucht geschlagen wir benutzen diese das Signal um noch mehr Banditen in die Falle zu locken das dumme ist nur sie machen keinen Unterschied zwischen dir und den Banditen so Wohnbezirk so Wohnbezirk, Kanalbezirk, Schraubplatz und Dächer hallo können wir drüber reden wo bist du? Banditenschatz drei Leichen, drei Schlüssel suche in Old Haven nach drei Schlüssel und einem Tresor einen Schlüssel haben wir hier schön dass natürlich jeder weiß wo die sind ne ah ein Skillpunkt bada boom so plus drei Prozent erneuerte Schildstrecke pro Sekunde das ist nice so viel Abwehr brauche ich sowieso bei meinem bei meiner Art hier das durchzulaufen auf jeden Fall ich bin leider nicht so sehr vorsichtig Kiegel ah lass mich rufen wow hallo wow lass mich doch gehen was seid ihr denn? au au Hilfe Hilfe toll wie war das mit sie machen keinen Unterschied zwischen Banditen und mir alter nur 39.000 gekostet easy hm die Musik ist cool und er ist gemütlich zu gestorben mit einer Nackenstütze erstmal ne neue Waffen ne mega gut ey ne schießen ich reiß ja nur diese Kettlingbeschützer ab ey was was warum kriegt denn der 0 Damage warum juckt ihn das hier kaum mit dem abbauen guck auf die Karten und denk mir halleluja das kriegen wir zu schlecht Alter Bitte töte ihn aber, ich will ihn nicht nochmal von vorne anfangen Danke Sind wir jetzt hier bei Star Wars? Kamera so ein bisschen lauter machen Lautstärke, Musik, Soundeffekte, Sprache Sprache Ich mag die Komet-Rifels Na, wie fühlt sich das an? Alles gut, ne? Hallo Komm, ich will rüber reden Ich will rüber reden, Mann Dann bin ich gut Oh, Granatenschaden Longbow-Granaten werden zum Ziel teleportiert Um dort zu explodieren Cool Aber ein leichtes Problemchen Okay Ah, das Hier Noch mehr Granatenschaden Cool Au, au, au Wer, wie, wo, was, warum? Da vorne Nice Die lassen echt voll viel Waffen fallen Mega gut Kommt der nächste Und Umdenken Da Die bluten nicht Die schießen Ich bin lieb Manchmal Hey Hey Ich will jetzt mal, wie ich das wirklich wollen Was für Schilde Was ist denn los? Okay Natürlich Entwurft Super Steakfinger Ahoi Wow Super geworfen den schilder weg brauchte ich hab mal und leben auch Bin ich da? Hallo? Wo ist denn das? Hey! Giss nicht! Was? Nein! Hey auf, Dommel! Nein! Ist da? Ich will uns mal, wenn man nichts bringt, das nicht dagegen zu schießen. So, das passt nichts. Hui! Wie komme ich da jetzt näher, ohne dass wir mit dem Leader gehen? Wer schießt da schon wieder? Da hinten. So, wir schützen wieder. Egal wo du hingehst. Irgendwo ist hier irgendwer. Bin ich hier sicher? Aber wo? Da hinten der schießt. Oh! Hallo! Wie war das? Ich gehe leise ran. Weil das nichts bringt. Erstmal. Erstmal auf und komm mal schön. Und deswegen. Nein die. Nein die. Nein die. Geht doch. Wirklich weniger. Bringt das gar nichts. Kommt der auch anders lang? Warte mal. Warte mal. Was ist das? Was ist das? Der Spawn sogar schon neu. Mann. Mann am Schild weg. Bis zum nächsten Mal.